moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf hilos tv eine weitere episode let's play together the forest wieder mit dabei natürlich kodiak moin moin ihr werdet es nicht glauben der aufzug steht wir haben unseren holzkarren aus dem wasser gezogen und sind jetzt gerade auf dem weg in richtung höhle wir wollen uns die kettensäge beschaffen also sind auf dem weg zu einer höhle in der die kettensäge vermutlich liegt wollte der floschi natürlich korrekterweise sagen richtig aber du hast ja mäßig probleme mit dem sprechen von daher folge mir junger paderwan ich leuchte dir den weg euch das ist ganz schön ich glaube da kommst du nicht durch die ja gut dann bleibe ich hier ich war ja alles ich halte wache ok in dunkel jonen jetzt kommen mal hier rein ich boah ist das dunkel hallo hallo ich muss das mal was trinken das war auf den schick was trinken schmutziges wasser schmeckt auch lecker hallo was zum geier fickt dich ich habe nichts gemacht das war eine scheiß kledermaus hallo wir sind freundlich und ich werde den diesen flugzeug sitzen hier sind komische korpses ich dachte es wäre noch eine uhr ich dachte erst es wäre ein buch ich habe auf jeden fall passagiere gefunden geld noch mehr geld machen wir mal ein bisschen licht hier ok hier liegen eine ganze menge holze ich meine ich habe auf jeden fall zwei uhren eingesammelt die schwingt auf mich zu die schwingt auf mich zu was haben wir denn hier machen jetzt geht das leitere zusammen müssen wir hier runter hallo aber wie zum teufel das hat ja richtig viel gebracht ich bin runter gegangen ist das ding einfach im boden verschwunden weißt du das ist gut programmiert das ist das ist natürlich die frage wie wir hier nachher wieder rauskommen wo ist denn meine fackel hallo was für eine fackel du hast eine fackel irgendwann habe ich irgendwann eine fackel gemacht wie kann man die dann machen ich glaube irgendwie stock zwille geschwindigkeit pfeil handgemachter bogen wird doch bestimmt stoff dazu oder nicht immer stoff und alkohol oder so eine gute kombination komm weiter weiter komm weiter weiter komm da vorne ist licht bist du hinter mir ach deine mutter hier geht es auf jeden fall schon wieder runter das ist auch schon lange nicht mehr geklettert deswegen gut dass es hier einfach immer 300 meter runter geht ich hab schon wieder hunger was haben wir da das auch nicht mehr so wasser geiler effekt ja spiel schon programmiert was haben wir denn hier was haben wir denn hier benzin benzin und die kettensäge da ist das teil da ist es da ist sie jetzt war die frage wie wir wieder rauskommen ich habe geld gefunden wie einzig wahre kettensäge nennt sich jetzt ist das laut dass du das ja es ist natürlich die doofe frage wie wir hier wieder aus der hölle rauskommen weil da hochklettern konnte man gar nicht da hinten leuchten lichter ich habe da eben nicht so das mega verlangen da hinzugehen doch okay ja ich denke mal hallo vielleicht diese diese unter wasser diesen unter wasser zugang ja folge mir einfach unauffällig mein junger padawan da ist einer da ist einer hinter der hinter der hinter die zwei in deinem gesicht die scheiße hinter dir einer tot er lief da links von dir links von dir muss irgendwo sein alter ist das dunkel er steht ich höre was er lebt noch hier ja ich war was ja jetzt ist er hier rum hier rum hallo hier rum warum bitte mir hinter mir hinter mir glaube ich ich rieche voll ich bin ich noch einer noch einer ich hab glaube ich da kommt noch mehr da kommt noch mehr da kommt noch mehr so bei mir bist du bei mir bist du hin da kommt noch mehr zu dir also willst du hin da komme ich nicht ich hab die orientierung wieder verloren hier sind diese komischen embryos aber auch immer das sind die springen jetzt habe ich mich erschrocken ist mit euch hier ist mit euch ihr freaks habe ich mich erschrocken mann du das ist meine scheiße müssen wir kurz pausieren ich muss mir die hose wechseln ziemlich still missing ok nice habe ich da noch vier alte pistolen munition gesammelt ok läuft bei uns wir sind jetzt aber leider noch keinen schritt weiß noch eins hier sind noch mal wieder die freaks am rumkreischen das war hier weiter da hinten ist wieder feuer es ist so fucking dunkel hier um gottes welt hinter mir bist du hinter mir da vorne ist wieder fackel schein da gehen wir jetzt auch direkt wieder hin also die können auf jeden fall besser im dunkeln gucken als wir die nazis hier geht es auch weiter ah guck mal hier das ist das sieht doch aus dass uns hier nen weg vorbereitet hier geht es durch wo kommen wir wohl durch wo kommen wir wohl durch dann kann man auf jeden fall schwimmen hier geht es wieder hoch oh man oh man wissen kann ich bin weg tschüss fress den dicken fress den dicken lasst mich in ruhe es heißt frisst den dicken nein fress den dicken also fress den dicken sagen würde ich habe gerade gesagt ich bin gut in alternativen erst so geil gewesen an jungen typ gestanden hätte mich einfach wieder runter geschubst hätte ok was spart was denn hat ihm was ganz großes ganz laut geschrieben ich schwöre das auch hörst du das ich nehme schon mal den bogen ich nehme schon mal den bogen ja da ist so ein mega viel vor dir oder uns ja ich sehe ich sehe genau locken schon mal hin wo der kommt ich gebe ihm im fall ich gebe ihm im fall ich blöcke ich blöcke ihn noch einer noch zu drei fünf die 100 gegner ich bin bei dem dicken dick ist da und ja die sind komplett gespickt mit feiern muss erst mal meine feine wieder einsammeln ich habe gerade 30 stück verschossen wo bist du mach licht 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 ich sehe nichts noch einer hinter dir der scheiß missgeburt wo ist er wo bist du da kommt er hat er nur einmal ganz kurz gezeigt du lumpier er hat angst der hat angst weiß du da kommt er wieder genau in dem moment ich denke an dass du dir die die panzerung hier anziehst von den mutanten ok haben wir gut gemacht dass sie haben wir gut gemacht sehr gut ist feil und ich glaube du hast ein seien aus jetzt sind vor allem rum stecken aber ich soll noch einmal der fall du hast ein bisschen vom kurs aufgekommen ich muss noch einmal trinken leckere cola zucker ist wichtig wenn einer zucker vertragen kann dann bin das da wohl ich absolut absolut spannend wo wir hier raus kommen hier ist es wird wirklich dunkel also hier sind wir jetzt wirklich dunkel aha da kommt einer wo bist du einer 222 warte ich nehme ich nehme ich nehme ein bogen ihr schwuckele sehr alle platt gemacht ich habe schon mal durst hier geht ein seil hoch auf jeden fall wo wir gucken wir mal weiter hier liegen seile am boden die nehmen natürlich mit ich kann keine seile mehr aufnehmen ich kann auch das foto nicht angucken wenn wir kommen was ich mir mit sein noch basteln kann ich kann auch kein benzin mehr aufnehmen verdammte axt mein inventory sowas von überladen schneeschuhe die schneeschuhe die schneeschuhe an gut nice flasche sehr gut gemacht danke was ist denn hier was sind denn hier für geräusche du also benzin ok benzin ist auch voll töpfe 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 können wir natürlich nicht mitnehmen warum auch ich kann auch keine seile mehr mitnehmen eins ist hier noch wieso kann ich jetzt dieses foto nicht angucken das kann ich auch nicht angucken komm wir gehen hier raus ich habe angst soll auch immer das sein oder nicht da ist tschüss ich bin weg fress den dicker ok irgendwas hängt unter unserem seil ja gut du hängst unter mir kletter schneller kletter schneller und zieh ich an deinem fuß ja geil er wird gefressen hahaha wenn das jetzt tatsächlich real wäre dann würde ich noch runter treten wobei das ist auch nicht so schlau dann fällst du nachher runter und der klettert mir hinterher du bist ja echt fieses stück ich würde gucken dass ich dir eventuell mit einem tritt die hand breche oder so damit du nicht weiter klettern kannst aber nicht die linke aber nicht die aber nicht die aber nicht die linke hand dann muss ich das feuer zu können machen wir sind auf jeden Fall wieder draußen wo sind wir aber wo sind wir wir sind nicht so weit von der base entfernt sehe ich gerade glaube ich ich glaube mal straight richtung base muss gleich ich glaube ich muss erst mal craften wir können noch ein hier geht es runter vorsichtig flasche wir können noch einen zweiten aufzug craften für in der base quasi ne ich meine auch allgemein so diese ganzen ey wo sind wir leuchtende fackel da ist wieder ein moppet hier gelbes hallo das ist einfach nur ein licht ich stehe da nix gelbes wow also ich stehe hier in einem scheinwerfer siehst du das ich bin doch jetzt hier in einem spotlight oder nicht ne ich seh keinen scheinwerfer ok komm mit komm mit folge mir junger Vater ich hab schon mal ein bisschen Hunger äh warte mal ich kann ja nicht sehen wo ich langlaufe dieses verdammt müssen wir schwimmen ich schwimm gerade ja das würde ich gerne mal wissen wo wir gerade rausgekommen sind jetzt ist mir kalt aber hauptsache das feuer geht immer wieder aufs neue an das das hörte sich hier gerade an als ob ein pferd unter was ist das denn ach ne komischer komischer hier komisches womens da werden sogar fast den aufzug sparen können also den den außenaufzug den uns sparen können ja der effizient sparen jetzt erstmal schön leckeres abgehangenes eidechschen jam 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 was soll das denn was noch nicht gut anscheinend war es noch nicht gut so müssen wir mal ein bisschen fisch fangen weil das mal hier in die ecke den zweiten aufzug bauen ich weiß nicht was kannst du mal versuchen ja ich guck mal wo drunter war wahrscheinlich hier drunter lochsäge felswand baumhaus plattform man kann natürlich auch eine baum plattform bauen aber dann bricht man das war der kran unter welchem reiter hier habe ich ihn ja guter baut du ihn wenn du ihn sowieso schon ausgewählt hast wie hoch willst du denn haben so hoch für den anderen würde ich sagen das reicht also nicht so hoch kannst du auch hier in die ecke reinbauen sonst dass ich das klappt aber warum sollte das nicht klappen weil er der stein ist siehst du den stein ja auch nicht der hier ist ich sehe hier keinen stein wo ich jetzt aufstehe oder ich sehe dass du auch immer das draufsteht aber der stein ist bei mir nicht da ist es gängig hier können wir setzen dann reicht ja eigentlich machen wir mal hier die höhe oh du hast da etwas kaputt gemacht das muss ich mal kurz reparieren glaube ich das hat ja gut geklappt schlecht mal gucken könnte schon mal ein bisschen verholzt du kannst mal hier steine drauf kloppen ja mach ich ich dachte schon der schießt da was die scheiß motorsäge so wo ist die zweite lage kommt ich weiß noch nicht warum man sie nicht bauen will aber auch gott ist das ein schiefes gebäude wahnsinn hey das war doch sauber floschi sauber hast du richtig geil gemacht okay danke danke dabei noch kurz kurz die mauer eingerissen mit dem scheiß ja reparier das mal schön wie heißt du noch der typ von reichs doch 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 so mauer ist wieder im takt so ich höre gegner jetzt probiere ich meine motorketten säge aus hinter dir ist noch einer okay die bringt mal überhaupt gar nichts gegen die typen die motorketten säge bringt einfach mal gar nichts dann lass doch mal jetzt kurz mit der motorketten säge mal hier so ein paar bäume fällen ich folge dir mal mit unserem geretteten karren ja ich würde sonst eben drauf also der nicht ist ganz nach da unten gefallen ich fasse erlaub ich mich hin ich bin halt schon das meister bäume fällen du bist echt der komplette volle hilo ey baum fällt bitte lass es nicht aufs lager fallen als den karren ja auch mal mitnehmen können ne freundchen ja ich verstehe auch nicht warum du den nicht einfach in die andere richtung fallen lässt weil ich das hier beeinflussen ja gut dann fällig ihn halt in die andere richtung weißt du hey profi ja so bin ich so das war's karren voll ja gefällt mir gefällt mir man könnte natürlich den fahrstuhl einfach so weit runter lassen dass man dann quasi so ein stück hoch springen kann das soll jetzt den fahrstuhl okay so was fehlt jetzt noch sein coole sache zieht sich einer hoch ja der aufzug steht wir sind aus der höhe entkommen wir haben die motorsäge wir sind auch schon wieder am ende dieser folge angelangt wir danken euch wie immer fürs zuschauen wir hoffen es hat euch gefallen und lasst gerne ein kostenloses Abo da der verfahren wollt vielen dank! Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Ciao Ciao, macht's gut!